So Leute, zurück bei Paper Mario. Ach, der letzte Part war ja ein richtiges Cut-Manifest. Ich hoffe, das passiert nicht wieder, damit wir so viel rumcutten müssen und damit so viele Probleme kommen. Ich hoffe, das stört euch auch nicht so sehr. Ich weiß, es ist jetzt nicht optimal alles. Und mir ist auch aufgefallen, dieses Bild hier ist extremst klein. Das ist kein richtiges Vollbild, aber da kann man auch irgendwie nichts strecken und machen. Ich hoffe, das sieht auf YouTube halbwegs cool aus. Ja, das ist irgendwie so. Keine Ahnung. Egal. So, wir müssen jetzt hier weiter. Ähm, hi. Sind das die Toads, von denen du gesprochen hast? Yo. Ich sagte doch, dass du hier nicht vorbeikannst. Zig ab. Hm, ihr seid doch gar keine Toads, oder? Hä, ähm, wir wissen gar nicht, wovon du sprichst. Ja, was soll das? Du kannst jeden hier fragen. Wir sind schnuckelige, normale Toads. Äh, zeigt euer wahres Gesicht. Oh, Magic. Adom, dom, dom, dom. Uah! Hm, dachte ich mir, ihr seid die Kuba-Brüder. Wie? Wie hast du das herausgefunden? Unsere Verkleidung war perfekt. Verdammt! Äh, Melanzo, Zitronello, Ansparago. Ha! Rückzug! Einstweilen. Was? Eiseier? Egal. Mario, diese Betrüger waren niemand anderes als die Kuba-Brüder. Du musst sie... Äh, was? Du musst sie in ihr Versteck der Festung der Kuba-Brüder verfolgen. Oh, okay. Oh, Mario. Ein Teil deiner Zukunft habe ich dir noch nicht... Äh, habe ich dir noch verschwiegen. Um zu der Festung zu gelangen, brauchst du die Hilfe eines Kupas mit einem blauen Panzer. Das ist ein seltsames Omen. Im Kuba-Heim findest du vielleicht etwas, das die Sache erklären wird. Ich muss jetzt wieder nach Hause gehen. Ja, der Kuba mit dem blauen Panzer. Das war eine Anspielung auf unseren nächsten Partner, den wir bekommen. Unser nächster Partner wird nämlich ein Kuba. So, schnapp dir die Kuba-Brüder. Das sieht, äh, bestimmt voll gut aus. Ha, God, diese Grafik. God. Na, egal. So, jetzt können wir ja auch... Genau, wir können ja jetzt... Ich zeige euch mal den Hammer-Move. Zurückziehen. Und loslassen. Bäm, zwei Schaden. So, und nicht anders machen wir das. So, und du machst da hinten den mal kalt. Ach, es ist so schön mit diesem Action-Kommando. Da macht das Ganze gleich viel mehr Spaß. So, und auf dich wird auch nochmal draufgesprungen und... Chum, chum, und du bist down. Yeah. Wir sollten aber vielleicht eventuell nochmal zurückgehen und uns aufladen. Weil wir sehen irgendwie ein bisschen müde aus, sehe ich gerade. So, lass mal ganz kurz hier rein heilen gehen. Lass mich mal schlafen. Na, hallo Mario. Unser Slogan lautet Erfrische Körper und Geist. Möchtest du dich ausruhen? Yo. Ah, schlaf gut und träum süß. Yeah. Also, das Beat, das Beat, das Bett, wollte ich sagen, sieht schon bequemer aus wie das letzte. Äh, hast du gut geschlafen? Jetzt, da du dich ausgeruht hast, wird deine Reise viel einfacher sein. Yeah. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt geht es ab nach Koopa heim, oder wie es heißt. Weil da treffen wir ja unseren nächsten. Bam. Unseren nächsten Verbündeten. Und das ist mega cool. So, erst mal hinten den Down machen. Und... Chum, chum. Yeah. Und tschüss. Und dann du. Oh, zamp. Zamp. Aber der lebt noch. Aber der kommt jetzt gar nicht hoch. Oh, du Arme. Du kriegst meinen Hammer. So. Und... Bam. Gut. Alles kein Problem für Super Mario. Woohoo. Mario Number One. Woohoo. So, ähm. Kommt alle her. Wie gesagt, ich mach immer alle Gegner platt eigentlich. Das gibt am meisten Erfahrungspunkte. Und Kämpfe sind ja auch voller Action. Und Action ist immer gut. So. Spring ihn tot. Dumm. Dumm. Und da geht er down. Die sind ja alle kein Problem. Die müssten eigentlich alle so ziemlich schnell kaputt gehen. So. Pewm. Und das ist auch ganz cool. Weil Erfahrungen sind ja immer cool. Von daher läuft die Sache. Pippippippippipp. So, ist hier irgendwo was? Hier. Münche. So, stirb. Eines elenden, grausamen Todes, du Goomba. Okay, Moment. Dich machen wir mit dem Hammer kaputt. Eins, zwei, drei. Bam. So. Du gibst auch nur noch zwei. Oh, schade. Und dann du. Pow. Pow. Alles kein Problem. Es gibt immer bloß vier Erfahrungspunkte. Das ist ein bisschen lame. Problem. So, zehn Erfahrungspunkte wäre eigentlich voll so gut. So, ist hier irgendwo was? Oh, oh, gib mir das. Gib mir das. Du hast einen Schwindelhieborden erhandelt. Ich habe voll den Sprachfehler heute. Das ist unglaublich. Den Schwindelhieborden erhalten. Verwirrt einen Gegner und macht ihn bewegungsunfähig. Aber das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Oh, was ist denn das hier? Ein Furcht-Tiegel. Ruf einen schrecklichen Geist herbei, der die Gegner verjagt. Aber da gibt es ja gar keine Erfahrungspunkte. Ist ja voll lame. Ist ja voll lame. Das hier ist ein Pow. Gut, dann kann ich diesen scheiß Furcht-Tiegel-Dingens wegwerfen, weil den braucht echt keiner. Oh, Schalter. Ja, aber zuerst mache ich dich kalt. So, wir legen die erstmal beide auf den Rücken, damit sie bewegungsunfähig sind. Das ist schon mal sehr gut. So, und du. Zang, zang. Vielleicht soll ich die mal scannen. Dann könnte ich auch gucken, wie viele Dinge die haben. Ich glaube, die müssten eigentlich vier KP haben. Ich scanne die mal. Komm. So, das sind Koopas. Yeah. Jeder kennt sie. Das sind Bowsers Gefolgs, Leute. Vier KP. Ein Angriff und eine Verteidigung. Okay. Aber noch nur, wenn sie nicht gerade so da rumliegen. So, du bist jetzt down, mein Freund. Boom. Nein, er lebt noch. Verdammt. Damm, bamm, 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 bamm. Zang. Zang. Okay, der erste Koopa ist down. Und der zweite macht jetzt auch kaputt. Und zang. Und zang. Yeah. Lalalala. Lalalala. Okay. Safe. So, da haben wir ja einen Schalter. Den aktivieren wir gleich mal. Und dann sollte hier eine Brücke kommen. Oh yeah. Sie kommt aus dem Nichts geschossen. Da, da. Das ist vollkommen richtig so. Oh, guck mal da oben drauf. Da oben drauf ist ein Gegner. Der Mama Blatt. Bamm, 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 bamm. Scheiße, hier kann ein Ding gar nichts machen. Hier kann unser Freund ja gar nichts machen. Und tschüss. Ja, du kannst jetzt leider nichts machen. Du kannst nichts tun. Oh man, ich bekomme es nicht hin, mich zu verteidigen. Warum nicht? Und. Fumm. Ja, ich muss das Verteidigungsding noch ein bisschen timen. Weil man kann natürlich jetzt auch verteidigen. Nicht nur Doppelangriff, sondern auch die Hälfte von Schaden. Oder nein. Man kann, glaube ich, einen Schadenpunkt wegnehmen. Oder irgend sowas. Müssen wir mal gucken. Verdammt, das müssen wir mal gucken. So, erst machst du den Blatt. Weil mit Hammer kann man, glaube ich, immer bloß den in der ersten Reihe angreifen. Ich glaube, so war das. Und dann machen wir dich Blatt. Du Piken-Kumba. Fung. Alles kein Problem für meinen Hammer. Für Super Mario. So, gib mir Geld. Ganz viel Geld. Was ist da unten? Da unten ist was. Da unten ist ein Geheimnis. Ich mag Geheimnisse. Oh nein. Da brauche ich erst meinen Koopa-Freund. Mit meinem Koopa-Freund. Ist das super cool. Ist das hier was? Nö. Ist hier was? Mann, da ist nirgends was. Oh, hier. Aber was? Dich habe ich nicht vergessen, mein Freund. Boah, hier ist ja was los. Was ist denn hier los? Okay. Du machst als allererstes den da hinten kalt. Zang. Sehr gut. Du bist mein Partner. Der Partner der Herzen. Und dann als nächstes. Ja, man kann bloß den in der ersten Reihe angreifen. Zang. Yeah, 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 yeah. Oh Mann, warum kann ich mich nicht verteidigen? Nein, das war blöd. Das war blöd. Okay, das war blöde. Weil jetzt kann ich gar nichts gegen den anderen machen. Verdammt. Ja, jetzt. Okay, ich muss noch später drücken. Ich habe immer zu früh gedrückt. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, wir können uns auch verteidigen gegen dir. Das ist voll cool. Und voll wichtig auch später noch. Duh, 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 Uh, da. Münzen. Es regnet Münzen. Formis. Ey, guck mich nicht so an. Lche, Lelel, Lel, 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 Lel. Bam, 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 bam. Sau geil, oder? Sau cool. Und da hinten ist was Ein Honigsirup ausgezeichnet Ähm Brauch ich grad Nicht so direkt, scheiße Okay, mach das hier weg Oder Moment Ah, verdammt Ja, mach das hier weg Das braucht keiner Mach es einfach weg Was haben wir da unten Schönes Was ist da unten was Schönes für mich Für Mario Hä, wo bin ich denn hier gelandet Muss ich hier hin Das sieht alles so mysteriös aus hier Oh, da kann ich gar nicht hin Pam, pam, pam Und pam Moment, hä, wo geht's denn da oben hin Ich bin verwirrt, wo bin ich hier denn Ah Ich bin in Kuberheim Cool Kann es denn sein, bist du wirklich Mario Willkommen in Kuberheim Ich wünschte, wir könnten dich mit allem Gebührenden, äh Mit allem gebührenden Respekt Willkommen heißen Aber wir haben gerade jede Menge Probleme Siehst du denn nicht, was hier los ist? Nö Das ganze Dorf ist wegen der Fuzzis in Aufruhr Du, du weißt doch, was Fuzzis sind, nicht wahr Mario? Na klar Das ist einer Äh Hm, okay Ganz üble Kerle Sie sind wirklich bösartig Hm, okay Oh, zack Panzer geklaut Sau cool Oh nein Du blöder Fuzzy Gib mir sofort meinen Panzer zurück Ähm, okay So, wir müssen auf Fuzzy Jagd gehen Ähm, bam, bam, bam Okay, aber erstmal hier Trockenpilz Weil Trockenpilz ist ein Sau wichtig Nö, eigentlich nicht Scheiß auf Trockenpilz So Ja, hier Nimm deinen Panzer Yeah Da freut er sich Ah, du bist der Beste Vielen herzlichen Dank Okay, Moment Ich helfe den anderen auch mal Hier Da ist dein Panzer wieder Greif schnell zu Oh, danke Mario Ich stehe in deiner Schuld Ich kann mich ohne meinen Panzer Nicht sehen lassen Das wäre zu peinlich Mario, pass bloß auf Dass dir die Fuzzis Nicht auch dein Panzer stehlen Was? Äh, ups Da ist ja gar keinen Nun, dann pass auf Deine Latzhosen auf Okay, okay So, Drecksvieh Geht doch alle weg Verschwindet Okay, Moment Wir machen das ganz clever Und zwar Bleiben wir hier stehen Und warten Bis er kommt Weil die springen immer Im gleichen Ding rum Na komm Na komm Na, wo ist er denn? Na, dann halt erst du Komm Na, freust du dich jetzt? Ah, danke Mario Und dieser Panzer Wurde maßgefertigt Ja, deshalb steht er mir so gut Ich sehe doch cool aus, oder? Total So, jetzt komm Du Vieh So, tada War das der letzte? Ich weiß es gerade gar nicht Oh, 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 oh Kuba Blatt Kuba Blatt 3 BP Das ist eigentlich saukool Äh, die steht auch 3 BP wieder her Okay Ja, wir haben irgendwie Moment Wir nutzen doch einfach mal was Moment Brauchen wir irgendwie? Wir brauchen gar nichts Verdammt Na gut, dann muss halt die Gumbanuss drunter leiden Scheiß drauf Speichern Speichern ist immer gut So, war es das jetzt Oder geht es noch Ich glaube da hinten geht es noch weiter Im zweiten Abschnitt Oh yeah Hier sind auch noch ganz viele Oh, noch mehr Kuba Blätter Die ich nicht brauche Ähm Nö Brauche ich echt nicht Tut mir echt leid für euch Alter, er hat das Das Haus bewegt sich Das Haus bewegt sich Oh Gott So Komm mal her Du dreckst viel Nö Willst du mich verarschen? Fick dich Haha So Bitteschön Hab ich gern gemacht Ah, danke, 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 danke Der typische Barrio-Stil Du bist ja genauso cool Wie man das sich von erzählt Mann, du bist so geil Ja, okay So Leute, wir müssen den Part leider beenden Und im nächsten Part Hauen wir den restlichen Fassis Auch noch auf den Kopf drauf Und dann Sind wir cool Also bis zum nächsten Mal Tschüssi